Also es ist morgens halb acht und so beginnt auch das Lied. Was mich jetzt interessiert, nur verloren hat mein Fußballverein. Will mich gerade beeilen, da lese ich die Zeile, eine Anzeige auf Seite 9. Zu verkaufen ein schneeweißes Braunkleid, niemals getragen bisher. Zwei Jahre hat noch ein Kleid, wie gemalt was geschenkt, denn ich brauch es nicht mehr. Zu verkaufen ein schneeweißes Braunkleid, Schleppel und Schleier dabei. Damals gekauft, aber niemals gebraucht, Telefon 21 03. Diese Nummer, der Ort, beides kenn ich noch gut, schließlich war ich noch beinahe ihr Mann. Es war feige und ließ, als ich sie verließ, aber trotzdem, ich ruf sie jetzt an. Das ist zwei Jahre her und wir wohnen bei ihr, haben Kinder und sind schon zu viel. Und es tut mir nicht leid, dass ein schneeweißes Braunkleid, uns am Ende zusammengeführt. Zu verkaufen ein schneeweißes Braunkleid, niemals getragen bisher. Zwei Jahre alt, doch ein Kleid, wie gemalt was geschenkt, denn ich brauch es nicht mehr. Zu verkaufen ein schneeweißes Braunkleid, Schleppel und Schleier dabei. Damals gekauft, aber niemals gebraucht, Telefon 21 03. Zu verkaufen ein schneeweißes Braunkleid, niemals getragen bisher. Zwei Jahre alt, doch ein Kleid, wie gemalt was geschenkt, denn ich brauch es nicht mehr. Zu verkaufen ein schneeweißes Braunkleid, Schleppel und Schleier dabei. Damals gekauft, aber niemals gebraucht, Telefon 21 03. Damals gekauft, aber niemals gebraucht, Telefon 21 03. Alle, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute machen, die Leute machen. Eine Intelligenz vonolutely sch practise? Die Leute brauchen nicht mehr. Vielen Dank.